Kurtrus blieb zurück, um seine Wunden zu heilen und seine lang ersehnte Rache zu verarbeiten. Nun, da Anetheron besiegt war, folgte ich Tamsins Spur zum Friedhof. Der Anblick einer untoten Monstrosität, die auf mich zukam, ließ mich erschaudern. Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Hearthstone, Buch der Söldner, Carol Rowe, Mütter im Nero-Soot und so weiter und so fort. Letzten bei einer Herausforderung und mit einer sehr interessanten Begegnung. Ich habe ja gesagt, wir sind relativ früh mit den Herausforderungen ran. Ich würde sagen, jetzt haben wir den Vater und danach treten wir nochmal gegen Tamsin an. So meine Theorie. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir als entstellte Monstrosität ihm begegnen werden. Erneut als, ich dachte, er hat einfach nur so Verstand. Naja, okay, macht irgendwie doch. Ist irgendwie doch. Macht irgendwie Sinn. Tamsins finstere Magie hat ihren Vater grausam entstellt. Aber eigentlich hat er nur den Verstand verloren. Und er wurde eigentlich nicht erneut zusammengeflickt. Eine monströse Kraft legt einen Arm der Verlassenen an, nachdem ein feindlicher Diener gestorben ist. Wenn ihr bereits einen habt, älter 1 plus 1. Okay, es geht alles um seinen Arm. Wir haben nur gehelfen. Wir haben wieder Card War. Wäre so gut, wenn wir das mal auf der 1 hätten. Buchband, das ist alles gutes Follower-Bannerträger. Hier haben wir noch einen. Hier haben wir noch einen Hauptmann-Herstell wieder so. Aber die Frage auch, haben wir genügt Heiligzauber dafür? Ähm, erfahre Sanität erneut dazu. Wenn wir in Heiligzauber wirken, jetzt ist die große Frage, wo kriegen wir Heiligzauber her? Ja, vielleicht durch unsere Heldenfähigkeit. Sportkollegistudio zieht ein Diener mit höchsten Kosten. Wir würden also Lady Lea drin ziehen. Die eine Kopie des Zaubers, auf der wir auf Gruppenfreunde gewirkt haben. Jetzt nochmal die große Frage, was haben wir denn an Zaubern heilig? Hier würden wir dann vermehren. Hand von Adal würden wir ziehen. Das weiß ich, der Überzeugung, habe ich das Gefühl, zählt dann nicht zu. Ähm, der Rest nicht. Also nur die ersten beiden oder wir haben noch was, um uns welche zu erzeugen. Kariel gegen eine entstellte Monstrosität! Vater, was hat sie dir angetan? Es tut weh. Tja, was Hand von Adal sind alles Sachen, die wir nicht auf der 1 haben wollen. Auch wenn das natürlich... Ich sag mal, auf der 2, 1 zu haben ist okay. So kann ich vielleicht auch noch damit leben. Ich bin es, Vater! Deine Tochter! Tamsin! Bist du das? Kariel ist es hart, ne? Die zeigen hier halt gerade das schwierige... Ein schwieriges Verhältnis zum Vater, weil er hat sich... sich wirklich nur auf Tamsin konzentriert hat und überraschenderweise ja dann... Tamsin trotzdem zu der Bösen wurde und Kariel trotzdem Paladin liebt. Das ist quasi der interessante Twist an der Stelle. Ach so, finde ich ganz gut. Weil sonst ist ja immer der, der schlecht behandelt wurde, dann aber der Böse. Sie ist aus irgendwelchen Gründen trotzdem so stark geblieben. Der Stuttgart hat leider nicht so schön erklärt. Wenn wir einen herbeirufen mit... Ähm... Mh, 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 mh... Macht das am meisten Sinn? Lass die Toten ruhen! Sie umgeben... Ich bin es, Kariel! Erkennst du mich nicht, Vater? Nicht... Tamsin? Dann vernüchten! Lass die Toten ruhen! Oh! 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 Feindlicher, den er gestorben ist! Heilig Zauber! Schafft die Verwundeten in die Festung! Alter Schwede! Wir wollen also nicht, dass er stirbt! Du hast also meine neue Kreation gefunden! Eine enorme Verbesserung gegenüber dem, wie Vater zu Lebzeiten war! Meinst du nicht, Kari? Ich bin hier, um dich zu retten! Aber das... Das Ende... Das ist schon interessant! Jetzt ist es ja mal einer Diener... Ähm... Wo ist eine Diener-Müller? Das macht die natürlich immer stärker. Wir können natürlich das einfach mal ziehen. Lass niemanden zurück! Auf 10 wird das aber gerettet. Willst du mich nicht zu meiner herausragenden nekromantischen Leistung beglückwünschen? Wie unhöflich! Deine Taten sind unverzeihlich. Du kannst nicht gerettet werden. Dir ist nicht zu helfen. Dir ist nicht zu helfen. Ja, klare Ansage. 3-3, 4-4. Ne, ich würde den wegmachen. Und weiter Druck machen. Er hat bisher nicht so viel Defensives. So, da, da, da. Und Gottes Schild? Würde ich sagen, ja. Ich würde auch sagen, sitzt das Leben aller anderen Diener auf 1. Würde ich dem wegmachen. Ja, aber kommt mal gut hin, vom Schaden her. Was war das zweite? Äh, genügend. Ihr seid ganz schön zäh. Halte dich von Tamsin fern! Ja, interessant. Ja, manchmal, ich schade auch, dass manche Charaktere, manche Geschichten halt so nicht wurden. Und auch Bockhaft abgewildert wurden. Vom Ziel her mag ich es halt wirklich. Und mit Shadowlands war das halt alles so. Und mittlerweile auch manche Storys. Viele hatten ja mit Battle, wie ist das? Doch, BFA, Battle for Azeroth. Große Hoffnung, dass das, äh, dass man wieder zu den alten Watson zurückkehrt. Das Ende naht. Aber die Kriegsfronten und so weiter, alles so NPC. Also es fehlt, man hat diesen alten Stil vom Gameplay irgendwie nicht wieder herbekommen. Das war ein bisschen schade. Einfach eine Story her, was die alles so machen. Ich bin frei. Ist es voll in Ordnung? Finde ich super. Aber das muss ich nur irgendwie im Spiel so widerspiegeln. Nicht nur, dass ich da ständig dieses... Das ist halt genau das richtige Konzept mit dem Buch. Man hat wieder so ein paar normale Charaktere, kriegt das so mit, dazwischen eben, was da wie, wie passiert. Und die haben ihre eigenen Charakter, Persönlichkeiten und so weiter. Super. Und nicht, wir sind hier wie die... Und das ist das Problem bei Worteverkampf. Du bist mittlerweile der Zelt so der Superheld. Es gab eine Zeit lang, da habe ich als Charakter, äh, ja wirklich gerne das Spiel auch so in der Rolle selbst gespielt, ne. Also mal Quest gemacht und das hat halt wirklich schon stattgefunden. Ja, weil ich hab hier da ein paar... Sollte ein paar Wild-Eva erledigen oder dann erledigst du die übrigens die Eleva zurück oder was weiß ich. Macht irgendwie alles noch Sinn. Kannst halt das auch rollenspielmäßig richtig cool abbilden. Macht dann auch Spaß. Aber es wurde dann halt seit Leachen, oder auch seit Tränen auch schon richtig verrückt. Ja, dann warst du Kommandant von irgendeiner Karnision. Also das heißt, man konnte schon mal nicht mit den einfachen Soldaten spielen. Als Kommandant von Neurons Vierzehntes, was ich ja mit Releasers hatte, machte das vielleicht noch Sinn. Aber später wurde das... Ging das halt dann nicht mehr. Weil das also immer absurder wurde. Und in Nidchen halt mit diesen Raumschiffen, wo man sich drauf transportiert hat, da war immer noch so eine Art Sondereinsatzkommando. Kannst halt auch irgendwie noch begründen, aber... Wurde immer schwieriger. Und Shadowlands und überhaupt... Puh. Wirklich schwierig. Ehenfalls, ähm... Ja, das hätte wohl auch gebraucht. Mehr Zusammenlegungen, auch mehr das Rollenspiel fördern. Und mehr solche Geschichten. und einfach wieder zu den alten Wurzeln wirklich zurückkehren. Und nicht nur Story-mäßig, sondern halt auch Gameplay-mäßig einmal schon stellt. Man muss nicht Klassik nochmal machen. Das finde ich auch albern. Aber man muss... Kann doch gucken, was da gut war. Aber keine Ahnung, was da so passiert. So, sorry. Das machen wir kurz jetzt. Ein Wurf. Tamsin. Ich habe an dich geglaubt. Ich habe viel für dich aufgegeben. Ich wollte beweisen, dass noch Gutes in dir steckt. Aber das... Das ist zu viel. Was soll ich sagen? Das Licht eignet sich nicht für jeden. Wie kannst du es wagen? Genau, und damit haben wir die letzte Herausforderung. Das Thema davor. Wir müssen tatsächlich gegen die Schwester antreten, so wie hier schon gedacht. Ihr verfolgt von Erinnerungen an lang vergangene Zeiten, steht Karrier ihre Schwester auf dem Friedhof. Und sie hat eine Fähigkeit für ein Maler, zwei wichtige Vertraute für 3-2 zu bespannen. Ich glaube, das hatten wir auch, als sie aus Perspektive von Tamsin gespielt haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir jetzt dann auch die Heldenfähigkeit haben, die Karrier damals hatte. Aber wir haben auf jeden Fall auf der 1 wieder gehilfen. Und Ritter. Was uns hilft, der Agentumangeber. Ist ja auch eine richtig starke Karte. Je nachdem, was auf dem Feld ist. Mit 2 Mana. Ja, reagiert halt relativ gut. Ich weiß nicht, ob das... Ist das eine normale Karte? Naja. Freude No, 2. Fektion eines Vaters. Da sind sie dabei. Sie, Karrier, Ed Schurkin. Tamsin da. Zaubert da was gegen sie. Also, schon interessant. Er fragt mich wirklich, wie dieser Prozess war. Wie es kam, dass sie... War das dann einfach die Seuche? In Show-Lomands? Karrier ist er nicht erwischt? Wir haben doch Tamsin schon gespielt. Ne, ich weiß es nicht mehr genau. Sorry. Da, 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 da. Das, darauf habe ich ja gewartet. Buchband des Ortes. Das zu verderben, können wir halt nur... Okay, mit Lady Lerner haben wir nicht gespielt. Hoch, Exarschen, Irel. Die Eifer, Lebenshoch, Sport und Gottes Shield erhält, wenn euer Deck keine neutralen Karten erhält. Hey, haben wir... Und hier haben wir noch was Interessantes. Erinnerung eines Vaters. Mit beide Seiten des Schlachtfelds. Mit Kopien von Dienern, die bei Spielbeginn in euren Decks waren. Eure Diener erhalten Eifer. Okay. Das ist also die Karte, die wir hier hatten. Nur extremer da. Okay, cool. Cool, cool, cool. Ähm. Und auf 8 und 9 können wir also das dann reinhauen. Das Buchband umzubudeln und verderben. Das wäre wichtig. Oder halt die Kosten zu reduzieren. Ja, alles möglich. Wir müssen auch gucken, was wir für eine Hilfigkeit haben. Kariel gegen Tamsin. Ich kann dich nicht retten, aber ich kann andere vor dir retten. Ah, dein ständiges Scheitern wird langsam öde, Schwester. Ein Mana für 2 haben wir dann. Aber das reicht nicht. Oder es sind 2-2, ja. Dann würde es ja passen. Aber ansonsten haben wir ein echtes Roulet. Wir heben dazu, okay. Oder noch irgendeine Option, aber... Drei Rekruten rufen wir dabei. Oh, sie hat doch nur die Quest, die Dämonen sagt. Eurem Zug. Mir scheint alle wollen Rache. Ich? Dieser Dämonenjäger. Sogar meine wohlwollende Gönnerin. Und jetzt willst wohl auch du Rache. Nicht Rache. Gerechtigkeit. Verzweifle! Sie muss nicht. Okay. Okay, wir haben das. Wir haben... In den Kampf! In den Kampf! In den Kampf! In den Kampf! Melde mich zum Dienst. In den Kampf! In den Kampf! Mach mal so. Verzweifle! Ach, ganz wohl! Ich mach ja schon! Die Macht eines Hexenmeisters benötigt Opfer. Schmerz. Die Dämonensaat wirkt diesem Nebeneffekt entgegen. Und verbreitet Freude. Hochbände werden reduziert vom Schein her. Ich bin der Verwarten, die hier zu nehmen. Das ist auch ein Buchband. Super. In den Kampf! In den Kampf! Was wird noch eins? In den Kampf! In den Kampf! In den Kampf! In den Kampf! Sieh meine Werke! Ach, ganz ruhig! Ich mach ja schon! Ah, bitte. Ach, ganz ruhig! Ich mach ja schon! Okay. Eine Weihe wäre cool. Haben wir irgendwie eine Weihe? Sport und Kampfschreibung. Machen wir so. Okay, ich mach das schon! 6, 8. Verzweifle! Ach, ganz ruhig! Ich mach ja schon! Ja, ganz ruhig! Ich mach ja schon! Okay, sie greift gar nicht an. Ach, Kariel, du warst auf dem besten Weg, eine wunderbare kleine Halsabschneiderin zu werden. Warum bist du jetzt so eine Langweilerin? Nach Mama, nach dir, war Vater ein gebrochener Mann. Du warst fort, also musste ich die brave Tochter sein. Du findest immer einen Weg, mir die Schuld zu geben, was? Ich würde halt echt interessieren, wenn er die Mama war. Gebußbuchband der Weisheit. Du ziehst einen raus. Du bist auf den. Dich ziehen wir noch. Melde mich zum Dienst. Den können wir wieder nochmal heim. Wir ziehen nochmal zwei Karten. So, aber du musst doch mal mal traden müssen. Das ist ein Trade. Ja. Das hat noch nicht. Das hat noch nicht. Das töten wir hier rein. Ich muss eigentlich nicht acht Leben wiederherstellen. Und da auch so machen. Dann machen wir es halt trotzdem so. Wenn neune schon eine Zahl ist und der drei auch gut passt. Machen wir das mal so. Ich bin allmächtig. Ich bin allmächtig. Ich will eigentlich meine Währung. Okay, wir werden sie zerstören. Das mit dem Buchband war ein bisschen bitter jetzt. Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Gerechtigkeit. Dass ich nicht lache. Als die Geißel kam, gab es keine Gerechtigkeit. Nicht für mich. Siehst du, war die Geißel. Naja. Der Glaube ist mein Spiel. Mein Wille ist meine Waffe. In den Kampf. In den Kampf. In den Kampf. Das war's. Ich kassiere es ja wieder gut. Mann gewöhnt sich an. Ich bin allmächtig. Ich kassiere es jetzt um zu sagen. Verplayt, ne? Ihr seid ganz schön zäh. Für Plaudereien bin ich zuständig. Bei den haben wir es ja. In den Kampf. In den Kampf. Wer ist das? Mein Wille ist meine Waffe. Ja, war doch nicht so schlimm. Aber kann mir auch vorstellen, dass es durch blöde Karten schwierig wird. Ja, da haben wir jetzt nochmal eine Paladin-Packung erhalten. Die schauen wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Aber muss ich sagen, auf jeden Fall. Das war richtig, ich weiß nicht, ob es das beste Buch der Söder war jetzt für mich, aber das fand ich gerade richtig gut. Was ich mir noch ein bisschen erhofft hätte, wäre zu sagen, man kriegt noch ein bisschen mit, was zwischen in der Zeit passiert ist, als hier, als Tamsin normalen Skolomens war und Karie irgendwie als Schurkin unterwegs war und dann hier plötzlich als Paladin aufwacht. Was ist hier zwischen passiert? Das hat mir so ein bisschen gefehlt oder interessiert mich jetzt noch so. Und ich kann mich halt jetzt, keine Ahnung, ich müsste jetzt noch mal Tamsin spielen. Hier habe ich es vergessen, weil ich wurde das aus Tamsins Sicht erklärt. Ich sehe das hier, was Tamsin hat er. Ich wurde in Sturmwind geboren und habe in Skolomens studiert. Aber als die Geißel kam, ließ mich mein Königreich im Stich. Obwohl ich als Verlassene zurückkehrte, trachtete ich nach Rache an den herzlosen Narren von Sturmwind, die mich meinem Leid überlassen hatten. Zum Glück war ich eine kluge Gönnerin, die eine kluge Kluge dann be- Ja genau, da ist sie nämlich schon, wie sie ist. Genau, es wurde nämlich auch nicht aus Tamsin Story heraus erklärt, sondern nur mit Karie haben wir das im Grunde davor mitgeklommen. Mich würde jetzt mal noch Folgendes interessieren. Ich will mal ganz kurz in die Sammlung gucken. Sorry, da muss ich mal noch kurz einen haben. Ganz kurz in die Sammlung gucken. Sagen wir mal Skolomens. Nicht viele Karten, es geht mir eigentlich darum. Das, Skolomens. Ich brauche nicht das. Nehmen wir mal die neutralen Karten. Ich bin der Meinung, es gab das Bild von ihr. Dann bitte auch alle Karten zeigen. Das ist aber der Karte ist okay. Ne, hier war Tamsin nicht. Ich habe so ein Tamsin als Symbol. Weil der Stil war ja da. Der Stil war ja da, definitiv. Bei Magier vielleicht. Ist die Magere? Ne. Da ist der Agentumangeber. Okay, den gibt es ganz normal tatsächlich. Da. Die fleißige Streberin. Die fleißige Streberin des Tamsin. Und da hätte es mich interessiert. Halt voll Schaden, ne? Bei der Geschichte von Tamsin hätte es mich interessiert. Was ist aus ihr geworden? Also warum? Okay, also die Geise kam ja und hat sie Pech gehabt. Aber die Story hätte auch anders ausgehen können. So von wegen, sie wurde super stark. Und unten alle plat, keine Ahnung. Und Kariel, die Schurkin, die nicht von ihrem Vater so bevorzugt wurde. Die, äh, die macht sich dann zum Paladin und bekämpft sich. Obwohl sie die Stimmung vom Vater, wie auch immer, das ging schief. Und da sind, also obwohl ich die Story jetzt cool finde und so, wie sie es halt gemacht haben, sind für mich noch Fragen offen. Und, naja, könnt ihr ja selber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es seht. Oder ob es irgendwo anderen, ich weiß nicht, ob es in WB irgendwelche. Aber ich glaube, das kam alles später. Also die sind da nicht mit drin. Aber die Story interessiert mich tatsächlich mal. So, wir wollen auf jeden Fall noch ein paar Packungen öffnen. Zumindest die eine Paladin-Packung hier. Und ich habe schon auf Reddit gesehen, da hat er eine goldene, legendäre Quest bekommen. Das bekommen wir leider nicht. Wir bekommen aber das Urteil der Gerechtigkeit. Auf den Ziner Odom aus. Wenn ein Diener den Angriff setzt, angekommen wir auf den Als. Wir bekommen einen solchen Schwing. Krätscher. Krätscher. Wirkt den letzten Zauber, den auf den einen befreundeten Diener gewirkt hat. Jedenfalls auf diesen Diener. Das ist, glaube ich, relativ stark. Hatte ich gesehen. Zwei. Müssen wir wahrscheinlich echt mal bei Paladin spielen. Mit dem Buchband der Hoffnung dann auch noch. Aber eigentlich bin ich auch noch ein Stream schuldig, was das Söldner-Pack angeht. Naja, ich hoffe jedenfalls, euch hat es gefallen. Ich fand das auf jeden Fall sehr kurzweilig. Das Solo-Abteuer, was das Buch der Söldner angeht. Wir hatten genau Zerilla, Jav, Korra. Okay, habe ich alle zusammen bekommen. Das heißt, es fehlt uns noch der Schirr. Das wäre... Wir vergessen hier den Gnome auf jeden Fall. Wir haben Tavish noch. Wir haben Krieger, Priester, Druide, Magier. Den Elfen müssen wir noch kriegen. Also Gnome, Schurke, Elfen, Magier. Äh... Was habe ich denn jetzt hier noch gesagt? Blöd. Schamane, Burkan hat man halt gar nicht. Also... Blum, Schurke, Burkan... Ähm... Magier... Was noch? Was haben wir noch für Klassen in diesem blöden Spiel? Ist nicht blöd, das Spiel. Ist gut. Ist voll gut. Ich bin nur blöd, um das herauszufinden. Äh... Priester hatten wir. Hallo. Priester, Jäger, Tavish. Tavish hatten wir noch. Tavish. Ne? Jetzt habe ich es zusammen, ne? Kann das sein? Dö, 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 dö. Nein, nicht. Okay. Versuchen wir uns nochmal krass zu konzentrieren. Also Gnome, Schurke. Tavish, Jäger. Burkan, Schamane. und Magier 11, der 11. Typ. Die 4 müssten hier nur auftauchen, in welcher Reihenfolge auch immer. ja, mal schauen. Von der Logik her würde ich sagen, haben wir jetzt nächstes Tavish. Hier hätte auch irgendwo zwischen eigentlich Schokken genommen auftauchen können, aber vielleicht Tavish. Er zieht was von Magier. Der Magier zieht dann wieder was von Gnom. Und was blieb noch? Burkan. Keine Ahnung, wo Burkan einpassen soll. Tavish. Magier Burkan bei der Sortie von Erzsamsam. Also Tavish. Dann der Gnom. Und dann der Gnom. Dann der Magier, würde ich sagen. Und als letztes Burkan. So. Und das wäre meine Prognose für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, auch das Solo-Abenteuer von Kari abzuschließen. Das abzuschließen von denen. Und ja, ich freue mich auch schon auf die nächsten Kapitel. Also Kari haben sie jetzt wieder gut hinbekommen. Von der Story her sehr interessant, auch wenn Fragen offen bleiben. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, was ich vielleicht übersehen habe, habe ich auch schon alles erwähnt. und ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat oder ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Buch der Söldner in Hearthstone und eurem Neoso.